Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit meinem Bro Sandro, Digga. Was geht ab, Freunde? Kam heute zu mir und heute machen wir eine kleine Fußball-Challenge. Ich meine, ihr feiert ja auch so generell meine Jonglier-Challenges und so mit Pio und sowas. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir uns direkt mal hier auf den Fußballplatz und machen eine Fußball-Challenge, Digga. Okay, auf jeden Fall die erste Challenge kannst du ja mal sagen, was wir machen. Die erste Challenge ist Dizzy-Penalty, also drehen und dann Elkwitter schießen. Zweite Runde wird sein Latten schießen, auch richtig kranke. Und dritte Runde wird sein von, what the fuck, von einem Maulwurfhügel. Genau, hier seht ihr die Maulwurfhügel und da tun wir den Ball halt drauf und wir schießen von mega weit hinten. Und der Ball muss vor der Torlinie einfach reinkommen, dann ist halt safe drin so. Und dann würde ich sagen, viel Spaß dabei und schaut auf jeden Fall bei Sandro vorbei. Wir haben auch noch eine Challenge bei ihm aufgenommen und checkt ihr auf jeden Fall ab. Ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr so Challenges haben wollt und schreibt einfach weitere Challenges und so in die Kommentare. Wäre richtig korrekt von euch. So 5.000 Likes wäre easy, nice, richtig? Jungs, wie wir uns darüber freuen würden, könnt ihr euch vorstellen. Ohne Scheiß, für die erste Challenge so wäre richtig korrekt von euch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Are you ready, nigga? Alter, ist der Geld schon an. Junge, 8. 9. Alter, was? Junge! Ja, es ist Junge. Alter! Alter, Junge. Alter, was? Wie viele habe ich? Junge! Alter, was? rapport Miles, du musst scherzen, Alter. Bis bald! Welisation? Bis bald. Lach Ast! Immer falls. Dann mal das zum Leben. Fünf noch, Digga! Vier noch! Einmal! Hab ich welchen Oma gemacht? Du hast schon gewonnen! Hä? Erste Challenge gewonnen, Jungs! Oh mein Gott! Nein! Okay, jetzt machen wir Latten schießen! Komm schon! Yes, Mann! Komm schon! Digga, war's? Ernsthaft, Junge? Junge, gerade als wir einfach so gemacht haben, ne? Ich hab keinen getroffen! Und er hat dreimal in Folge oder so, ne? Ja! Und jetzt treffe ich! Yes! Oh mein Gott, Junge! Er schlägt noch, Junge! Ja, Mann! Komm! Yes! Digga! Das ist so gut! Okay, Jungs, jetzt kommt der Entscheidungsschuss! Oh, Junge, das war so knapp schon wieder! Nein! Mal! Oh, Junge, ich hab echt keinen Lust mehr, ne? Warte! Warte! Mit der treffe, ne? Halt's mal hoch! Ja, warte! Das kann nicht wahr sein! Ach, warte! Er lag in der Kuhle! Nein! Yes, Mann! Oh mein Gott! Jetzt nicht, Alter! Ja! Jawoll! Ja! 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 Ahahahahaha! Fack! 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 Ganz, denger, krass! Digga! Alles dreckig! Du würdest mich auf deine Schnauze geniegt, Mann. Oh, nein, er kommt zurück. Du kommst gleich, sei so an, ey. Wir haben jetzt die drei Challenges gemacht, jetzt kommt die Bestrafung, Arschschießen. Ich hab zwei Schüsse und du hast einen Schuss. Ich würde sagen... Okay, let's go! Nein! Oh, fuck! Ich treffe nämlich bei sowas nie. Digga, bitte. Ich treffe nicht, Mann. Oh nein! Oh nein! Nein, Digga! Nein, Jo! Yes, Junge! Halt's Maul! Ich hab keinen Bock mehr. Ja, Mann! Abbrechen, abbrechen! Jetzt, jetzt, was auch? Oh no! Oh, fast weg! Bist du bereit? Warte! Bereit? Ja! Oh, du Mist! Ich hab richtig getroffen! Ich glaub, wie weit der weggeflogen ist! Ich hab weggetroffen, Mann! Okay, Jungs, das war's mit der Challenge. Meine erste Challenge hier auf dem Kanal. Fußball Challenge. Ich denk mal, alle von euch müssten das feiern. Ich hab jetzt schon viel mit Fußball so auf meinem Kanal gemacht. Schaut auf jeden Fall bei Sandro vorbei. Wir haben auch noch eine Challenge bei ihm aufgenommen. Wär übelst korrekt. Dann würd ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Link ist in der Beschreibung, oder? Ja, normal, Digga. Ganz oben, Digga. Also, wenn ihr jetzt Bock auf mehr habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall geben. Genau, und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt auf jeden Fall weitere Challenges in die Kommentare. Dann machen wir demnächst nochmal eine oder so. Easy, Digga, easy. Und dann würd ich sagen, 6000x wäre richtig korrekt von euch, Jungs, für die erste Challenge. Und haut rein, bis zum nächsten Video und... Ciao! Bis zum nächsten Mal.